hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir der star stable online heute werde ich euch ein mega cooles geheim versteckt zeigen und zwar im dandel tunnel in star stable wie ich eben schon gesagt habe das ist ein versteck das ich mit meiner freundin gesehen habe also meine freundin hat es mir gezeigt weil ich finde halt nie so welche geheim verstecke keine ahnung woher das meine freundin hat auf jeden fall im dandel tunnel müsst ihr dann hier lang reiten den dandel tunnel kennt ihr wahrscheinlich ich nenne das immer so dann da tunne dann kennt ihr bestimmt alle dieses geheim versteck hier mit den wäldern hier also wo man halt durchreiten kann und dann seid ihr halt hier und dann seid ihr halt in diesem auf dieser wiese ist also ein kleines versteck aber falls euch hier jemand sehen sollte was ihr eigentlich nicht wollt könnt ihr hier rein reiten und dann hier einfach rumreiten was machen ein geheimes treffen haben so was halt eben und dann könnt ihr als hier auch so ein bisschen ins wasser reiten das sieht sehr schön manchmal aus kann man auch gute aufnahmen machen mache ich zwar nie weil ich zu faul bin ich habe immer gegen mein mikro und ich lade übrigens entweder an einem tag zwei videos hoch oder kurze videos halt entweder ich lade an einem tag ein video hoch und dann ist es ein etwas längeres video heute lade ich zwei videos hoch und dann könnt ihr hier halt nach dandel reiten hier hier halt dann durch den tunnel und dann seid ihr in dandel und ich hoffe euch hat das video gefallen heute war es ein sehr kurzes video und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen schönen tag ich wünsche euch noch einen schönen montag falls ihr das video am montag seht und bis zum nächsten mal und ciao hier